Ja, schön! Jetzt gibt's elf Meter! Nee, der ist außerhalb, ne? Nee, er gibt elf Meter, er war drin, ich hab's gesehen! Das war die 33. Spielminute, das 1 zu 0. Jetzt müssen wir abdrücken! Immer mit alles durch die Mitte! Spiel doch mal aus, das Spielbrett, Mensch! Jetzt hat er den Ball, jetzt muss er aber... Jetzt! Jaaaah! Komm! Halt mal! Tua! Ach! Ja, das war mal wieder! Der Hammer! Links! Links! Ah, da kommen sie wohl noch. Jetzt he! Jetzt klappt alle!